Schüler der einjährigen Berufsfachschule Gastronomie an der BWS am Museumsdorf Kloppenburg haben gemeinsam mit Mädchen und Jungen des St. Augustinus-Kindergartens eine köstliche Karotten-Kartoffel-Curry-Suppe gekocht. Die Kinder waren mit ihrer Erzieherin Gabi Owelgönne in die Schule gekommen, um den Beruf des Kochs kennenzulernen. Andere Gruppen besuchten zeitgleich einen Maurerbetrieb, eine Bäckerei und einen Hufschmied. Der Ausflug in die Berufswelt unterfütterte praktisch die zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017